Hallo ihr Lieber Leute und herzlich Willkommen zum Let's Play von Titanfall Ja ich hatte gerade ein paar Probleme weil Desktop wollte irgendwas mit dem Anzeigemodus ändern Letzte Tonnen habe ich schon gespielt, nicht ganz angefangen halb durch, dann ist mir das Spiel einmal abgeschissen Null Ahnung wieso Aber der Ladescreen läuft mal flüssig Ladescreen werde ich hier rausschneiden, das kann ich jetzt schon mal so sagen So Ich bin noch nicht genauer so da in Finger Challenges Also ich habe schon ein paar Challenges Eject from Titan, Stand, Hauerms Playbeater Attraption Vielleicht sogar schon ein Server gefunden Das ist interessant, wenn es könnte sein, dass es im Spiel zu Soundpacks kommt Und da werde ich mir versuchen nochmal irgendwo die Sounddateien oder einen Fix zu bekommen Ich hoffe, dass es nicht auftritt, aber Wenn es auftritt, wenn ich merke, dass es auftreten sollte, dann werde ich den Sound einfach aufmachen, ne Oder einfach ein bisschen leiser machen Weil der Sound kann schon manchmal extrem werden Vor allem wenn 10 Titan Gleitschießen, naja, das ist wirklich extrem Wenn 3 andere hinter dir schießen und 4 andere vor dir, dann Na Na Und du selber noch Das Kann wirklich extrem zu werden Kann wirklich extrem zu werden Kann wirklich extrem zu werden So Und dann sind wir auch gleich fertig geladen Und dann seh ich da immer dran, lass mal den FPS runter gehen Okay Alright boss, this is a battle of attrition Eliminate Ah, das ist wirklich genial Okay man, this is not looking good Doors clear Roger, door clear Hostel pilot sighted Ohhhh, hat er mich weggerotzt Wir wurden jetzt als Titan direkt runtergeschickt Ich bin schon mal Ich bin schon mal Ich weiß nicht. Ich habe auch noch versuchen auf den draufzukommen. Also ich habe richtig derbe Soundbugs, teilweise richtig derbe Soundbugs, tja und dann manchmal sowas halt. Dann mal Play. Ich weiß nicht lange da war. Hast du direkt Connected? Das ist interessant. Ab Level 10, wo sehen wir denn eigentlich unser Level 4? Was ist der da? Personal Stats. Allgemeine Übersicht. Ah, wir haben zu 60% immer gewonnen. Nice. Nice. Und das müssen wir auch nochmal spielen und das sind meine Most Played Weapons. Ah, das hat doch einiges aus. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich groß noch an den Audio-Settings ändern kann. Ich habe schon erst im Endeffekt mit hochgestellt. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Man sieht auch seltsam aus so eine kleine Stadt, so inmitten von Hochhäusern. Ich bin auch irgendwie immer, ähm, Attrition. Boah. Ja, das ist gut. Ja, jetzt geht's ja noch. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ach, hat er uns gemurzt. Ich habe ihn jetzt nicht kommen sehen. Oh, die ersten Titans sind schon ingame. Oh, ganz böse. Dann nehme ich jetzt mal meine Arnte Titan Weapon. Machen wir uns erstmal unsichtbar und jetzt fängt es auch an. Alter, das geht's, das ist so krank. Jetzt geht's. Alter, das geht's, das ist so krank. Titan ist ready. So eine Etage höher. Ich hoffe in der März, dass ich euch was ganz geiles zeigen kann, weil das jetzt nur bei Titan auf Augen wird. Ah, ja, ich komme da nicht hoch. Das ist so krank. Das ist so krank. Oh, da sind die Titan hin da. Dann wurde ich weggedemmt. Titanfall. Ich habe das. Oh, das ist noch krank. Du hast mich Kill. Aber ich weiß nicht. Ah, wie ist das dann? und das ist ja nur das lustige ist die soundbugs hier die liegen ja noch nicht bei meiner soundcatcher ist das kann ich alles ausschliessen ah drüben wäre alles enthalten ja das weiß ich das ist ja eigentlich ganz logisch weil du rennen kannst du ja immer nur du kannst nicht sehen feuer 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 es ist ein auto navigierter titan feuer war das noch enthalten auto location da musste ich rausjumpen das ist auch tot so ach da war noch einer ich bin tot einer hat es geschafft einer wurde evakuiert nein also ich lasse das video erst mal so stehen weil ich kann damit schießen vielleicht ist auch einfach nur an der verbindung zum zum server weil ich habe ja auch immer wieder so ein timeout schreibt mal drunter vielleicht wisst ihr ja soweit sein könnte es liegt auf jeden fall definitiv nicht an meiner soundcatcher dann drehe ich euch den hals um ja also es kann definitiv nicht sein jojo bis denn ner move ich weiß jetzt auch noch nach table tut wirklich was doch so tschüss